Ok, das haben wir. Jetzt wollten wir wo hin? Achja, unten zum Stall und gucken, ob wir da eine Quest haben für Fairey. Alles mit dir? Warum denkst du jetzt so? Will ich was für dich tun? Oh Gott, hier ist auch eine Zelda Quest. Ok, da ist schon mal die Fairey Quest. Alles mit dir? äußerst interessant, ok jetzt kommt's ich hätte gerade die herabfallen ruinen an der 3w kreuz erreicht als ein froh mich ansprach du musst helfen. Es geht um Leben und Tod. Und wenn es sich handelt. Was? Es geht um Leben und Tod. Und wenn es sich handelt, kann ich nicht enthüllen. Ah, um wen es sich handelt. Okay. Die Frau wirkte verzweifelt, okay. Okay, du konntest dich nicht einholen. Die Frau hat merkwürdiger Mario immer meine Haare angestarrt. Okay, hilfesuchend. Er will zu seinem Freund. Er will immer zu seinem Freund. Stein in die Richtung. Ja, garantiert da oben drauf. Uninteressant für uns gerade. Oh, die Hilfe braucht. Du bist ein Händler. Ich meine, ich könnte da hoch. Oh, du bist nur ein Forscher. Ich dachte, du verkaufst mir Kram. Wenn du der Straße weiter in Richtung Südosten vollst, kommst du an den Geburt, der als Geburtsstätte Heimwurz gilt. Leider ist der Schlossmauer genau da eingestürzt, wo mein Tor war und das Ganze ist ein Feldstrang gegeben. Falls man es doch über die Mauer schafft, ist allerdings Vorsicht geboten, denn direkt dahinter ist ein Abgrund. Okay. Naja, I guess wir reden von der Dame hier hinten, die gerade fröhlich verprügelt wird. Was? Da dachte ich zumindest hier auf der Seite. Was hatten wir hier vorher gefeiert? Nichts. Da ist ein Fuchs. Mein Gott, gerade zerbricht doch alles, oder? Okay, das machen Pilze an Waffen, okay, gut zu wissen. Wo wir noch was von, wieso es von, was ist, wer? What, what is happening here, Diori? Waaah! Warum sind hier so viele? Leave me alone! Das zerbricht auch. Holy shit, Jut, warum zerbricht denn alles gefühlt in dreieinhalb Schlägen gerade? Das ist ja superschlimm. Oh, come on, ich bin gerade... Ich bin gerade mal dreieinhalb Sekunden nicht am fighten. Alter. Keiner in zehn. Das wäre genau, ich bin gerade in zehn. Err, ich bin gerade, nie sicher! Fair, ich bin gerade. Aber da ist noch nicht nur ein Hals. Das ist wahrscheinlich zu Namen hierher, nicht nur ein Hals. Wer ist das Hallo zusammen? Tuna bin jetzt nicht schon. Ich bin einfach aufcemoslegt. Ich bin hier vor, ist noch nie. Ich bin hier. Ich bin hier. du gehst nirgendwo hin hauptsache ich kann ihn aus dass wir uns da oben umgucken ist es am regnen? ne es ist nicht am regnen ich meine es klingt wie regen aber ich sehe kaum speed kletterrüstung by the way ich frage mich halt wo ich in der theorie gute waffen farmen kann aber wenn ich so ein linnell tot kriegen würde wäre das wahrscheinlich gute waffen hab ich noch nen ausdauer trink i don't ok fucking shitting me kletter mal hier wo ne kante ist und da kannst du auf jeden fall ausdauer regnen auf der kante hier soviel zu der kante 3 st sind wir da kein stress obwohl ich müsste eigentlich mal pinkeln Link kannst du mal ein bisschen schneller? ich muss mal meine blase anleeren das wäre echt cool von dir finde ich echt knorke richtig dufte wäre das wunderlich ok dann kann ich ja mal eben pinkeln gehen das wollte ich eigentlich gar nicht ich realisiere gerade erst das klettertempo und dreier set ist das ist vielleicht mehr zu klettern als ich erwartet habe so was wir gehen einfach mal nach hier ich frage mich ja ob der schrein vielleicht in der luft ist genau da drüber ist ja die insel ne da könnte ja ein schrein drauf sein wie sie sehen sehen sie nichts wieder so ein Vieh in die Richtung ah jetzt ich erinnere mich wieder warum ich mich feiten will Zeit zu hoffen dass das ein einfacher schrein ist weil ich will gerade den Healfack am Ende haben also den Full Heal das wäre ja sehr hilfreich komischerweise habe ich jetzt die Frau die Hilfe braucht irgendwie bisher nicht gesehen strange kraftübertragung ok welche kraft übertragen wir denn so nicht oder vielleicht doch auch ich hasse das hier das hier ist eine der dümmeren Mechaniken ich meine lass mich Hebel doch ganz einfach so wie immer normal betätigen aber nein die Idee ist also dass das hier das hier hoch schiebt ich habe ein Anteil kann ich nicht dazu bekommen weil ich eine Art nicht zu tun weil du hier wohnst sagt wie dass du das oh aber aha ja aha mhm ok cool das funktioniert nicht weil wir sind es cool ok Ähm Na Dafür benutzt man keinen Fall Ich muss das im laufenden Zustand machen Sonst funktioniert das nicht Oh boy Das wird so finicky So Hä? What the fuck happened? What, what, what happened? Oh, wait a second I think I know what happened Du hast dich hier verkeilt Ja, das ist natürlich doof So, was soll ich da nicht rankommen? Ähm Hmm 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 Geben einem Softlocked, das 10 Ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist Spiel, aber ich bin definitiv Softlocked How the fuck am I supposed to no get on the other side and reattach No way Ich muss halt blinden Zahn treffen I can see shit dude Die muss auf die andere Seite kommen Stop But if that doesn't work, then what works? Ich bin zu schnell für die Menüs Ich bin zu schnell wie ich so schnell kann Wie weit komm ich so hoch? Nicht hoch genug. Ich hasse das, das ist so dumm. Okay, gehen wir hier runter. Heute hat mich das Ding hier auf dem Krieg gehalten. Oh Gott. Maybe like this? Aha. Okay, das ist ja nicht die Solution. Hä? Nee, ist sie auch nicht im Raum, ne? Ja, ich meine, ich könnte den Staat noch klauen, aber das tut mir halt nicht. Ich wollte mich nicht erfolgreich. Ähm. Nicht da anpacken. Ich wollte kretschen, oder? Das ist schuld. Das ist schuld. Das ist schuld. Ähm. Ähm. Das ist schuld. Was ist die Solution hier? Das ist schuld. Du drehst nicht mehr. Du auch nicht, weil du da blockierst. Oh Gott. Ich komme nirgendwo mehr ran. Okay. Wenn ich pass jetzt noch durchzuziehen, dann ist das. Everything is in chamber. Time to this shit. Oh, ich hab's direkt gut attached. Okay. So, if that's not solution, then maybe kann ich dich kretschen. Danke. Oh. Reicht das? Weck du braun. Ich hab den natürlich so angebracht, dass er keine anderen nicht geschoben wird. Natürlich. Ich seh nix. Ich hoffe einfach mal, das passt so. Oh Gott. You have to be fucking shooting me. Okay. Cool. Acht so. Ich hab den ja. Ich kann mich nicht aus. Auf jeden Fall. Ja. Ich hab den doch raus. soviel schiebe ich dich zur seite, wenn du eh falsche täschst soviel schiebe ich schiebe ich schiebe ich schiebe in der gäste, diesmal nehme ich die kiste mit, die hätte ich nämlich noch so versehen 24er bogen, ja die nehme ich über die 12er easy, first time masterpuzzle it worked soviel schiebe ich schiebe ich habe so ich finde die person in need of help nicht von daher ich sehe jetzt hier noch irgendwas, aber ich wage es zu bezweifeln ich meine hier oben bin ich auf die plattform soviel schiebe ich erkläre es soviel schiebe ich schiebe ich wollte Ich habe keine Bomben mehr. Oh, that's bad. Come on. Das ist ja nicht er. Phantom Genom. Denny ist klar. Ähm. Let's think about this. Das. Oh, wow. Er macht einfach. Okay. Moment, Moment, Moment. Atmen. Ähm. Okay. Step 1. Ich muss erstmal wieder heilen. Oh, ne. Ich muss erstmal heilen. Oh, die brauche ich als Koch zu tauchen. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist so ein dummes System. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Problem, was ich gerade habe, ist folgendes. Wenn ich den Bogen ausrüste und ziehe danach auf ihn, hält er immer noch den Bogen in der Hand und pack das Schild nicht aus. Warum auch immer. Na gut, sie wissen, dass ihr in einfachen Phantom gerne rumchillt. Warum auch nicht? Aber ich habe das Gefühl, wenn ich Lanzen hätte, wäre das überhaupt gar kein Problem. Aber ich habe literally keine Lanze, ne? Das hier ist kein der Lanze. Ja, ich habe nur die hier. Ich habe nur die 26er Lanze, das ist das Beste, was ich tun kann. Das Problem ist, das Problem ist, Lanze hat kein Schild. Ich habe echt nur drei Bomben. Ich habe auch eine Schild. Ja. Ich habe auch eine Schild. Das ist das Beste. Ich habe auch eine Schild. Ich habe auch die Schild. Das war's für heute. Viel zu früh. Dude, was bist du in Dark Souls Boss? So viel Delay wie du in deiner Attacken packst, ist ja ekelerregend. Ich komme auf dieses Attack-Pattern überhaupt nicht klar. So viel dazu. Motherfucker. Und der Backhand. Da konnte ich nicht mal irgendwas tun. Ich hatte das Schild oben alles. Eieieiei. Einundvierzig. Einundvierzig. Einundzwanzig, ja? Ich meine, alleine für die Waffe hat sich das gelohnt, aber holy shit, dude. Da ist noch nicht mal irgendwas drauf, ne? Zieht auch den Nutzer immer mehr in Mitleidenschaft. Hä? Deshalb ist das Ding auch so scheiße stark. Oh, das ist nur ein Holzknüppel. Oh Gott, dude. Ich hab gar nichts. Ähm. Let's see. Hab ich die nach nachdem ich sortiert? Nein. Einen hiervon. Einen hiervon. Einen hiervon. 3 Ach... 58... Okay, das ist jetzt mein Worst-Case Schwäck. Wai Editor-G Fort. Ah ja. Ah ja, okay. Und noch irgendein Summen-Part. Okay, jetzt habe ich zumindest wieder ein paar Waffen. Uiuiuiui. Äh, was ist denn justis? Okay, wo will ich jetzt überhaupt hin? Jaja, da ist Game Over, das ist erledigt. Ähm, ich will wieder runter. Angeblich ist da ja irgendwo eine Frau in Nöten. Ist das da auch eine Chest? Das ist gar nichts. Ich sehe hier niemanden, der irgendwie Hilfe benötigt. Das muss ich. Cool, but maybe we see something. Wenn das wieder ist, heißt das, da ist eine Höhle. Maybe da oben drauf. Maybe. Mir fehlt gerade so oft, dass ich vergessen habe, mich wieder umzuziehen. Ich habe mir einen Gannon gefightet. Easy. Aber gut zu wissen, dass du dir die Viecher feiten kannst. Und wie viele Pfeile hat nicht der Spaß gepostet? Also ich sehe hier keine Heule, Might in Not. Absolut nicht. Maybe den Typen da. Hey. Du musst helfen. Was ist denn los? Jemand, an dem ihr viel liebt, ergibt sich in großer Gefahr. Okay. Okay. Warte ein Stück die Straße hinunter. Okay. Ich bin einfach eben an der vorbei gelaufen. Okay. Ich will Gewitter in diesem Spiel sind keine in Szenen, ne? Oh, da bist du. Okay. Okay. Da oben. Das ist ja. Es gab schon Klimakleber, die sich bei der Formel E beim Start vor die Autos gesetzt haben. Und? Ziehst du die Hand weg? Also die Idee ist, dass beide so ein bisschen angewinkelt sind. Also das hier müsste quasi... Ich versuche das halt gerade logisch mit mir auszumachen. Genau. Okay. 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 Let's see if it works. Okay, das hat ein kleines Problem. Das Problem ist, das zieht nach hinten und der nach hinten geht. Okay. 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 Ich muss mir mal mehr Batarinen organisieren. Oh Gott. Das funktioniert gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was das für eine Quest ist, aber die Olli schickt mich hier kurz und die Olli schickt mich nicht mehr. Oh Gott, wer? Noch ein Schreiben. Wo ist der Leibrichter? Okay, man kennt mich also, ja. Schrift meiner Fucker, ich wusste es. Mehrere von euch. Es ist okay. 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 Mehrere Verbindung. Oh boy, really? Was ist mein Reward hier für? Ich habe die geheimnisvolle Frau nicht gefunden. Diese Murchelmörder, okay. Das hat mir aufgekramt, wie ein Bonus zu überweichen. Okay, cool. Jetzt bin ich keiner interessiert nach diesem Schreien. Oh, okay. Das ist mir so eine Kiste hier nicht. Oh, das ist smudge. Okay. Das ist wirklich schlecht. Das ist gut. Das Problem ist hier nur wieder heil runter zu kommen. Oh, das wird lustig. Okay. Tiefer. Sieh mal einer an, mein alter Freund. Käpt'n, ich will zu meinem Freund. Ja, das ist tiefer. Ich weiß nicht wie, aber hier wirst du wahrscheinlich etwas mit dem Sumpf machen müssen. Oder so. Ist ja das Hyrule-Glas. Ja. Hallo Steinchen, was gerade runtergefallen ist. Du kommst mir gerade so ehrlich gesagt so ein bisschen gelegen, weil ich keine wüsste, was im Himmel los ist. Äh, wo? Du kannst du find out. Der fällt niemals so hoch. Oh, höher gehst du nicht. Okay, cool. Das habe ich schon. Ich will eigentlich weiter nach links. Ja klar, da hinten. Okay, cool. Eigentlich wissen wir es hier unten ab. Was? Was? Sieht so- Oh mein Gott. Ich sehe, was das ist. Das ist nicht gut. hier manchmal will man doch nicht wissen was irgendwie ja okay calm down geht mir was ist mit dir da oben warum noch mehr irgendwann mach ich mal kuckuck tag aber heute nicht und ich konnte mich nur verlassen und in die wald und glück suchen dabei wollten wir auch gelehrter aus dem woki-aktion umsetzen aber keiner der woi die wir bisher getroffen haben hat unsere erfahrten erfüllt er hält regas dritt das legendäre schwert okay 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 you couldn't find dating advice is it is